Hallo der Anima wieder hier So heute zocken wir mal wieder dieses komische Game ja und wieder von und mit Vlogging Lordkirch genau mein Spielname könnt ihr hier sehen haben wir schon hier alles vorbereitet so dann gehe ich mal rein und check mal die Map erstmal auch nicht die dämliche Map schon wieder doch aber schauen wir mal die Folie ok jetzt jetzt mache ich ihn zu Hackfleisch wieso nimmst du die Shotgun und die Fastsniper raus boah alter ich zeig dir gleich die alte Methode bist jetzt endlich mal drin wird warte mal kurz oje schön Schimpfloch pixelig gehalten Ich werde warten auf dich Sorry Abschweifung Aber wenn er nicht bald kommt, lefte ich War die Zeit verrinnt Nein, das war unfair, weil ich bin nicht so ein Snipertyp wie du Wo bist du? Wo? Aha, jetzt haben wir ihn connected Das ist unfair, weißt du das? Oh, das ist unfair, du weißt ganz genau, dass ich kein Sniper bin Okay, wieder hier mal Ja Also jetzt mal Urlaub, du brauchst weg Ja, dann komm her, wenn du Eier hast Ja, dann komm her, wenn du Eier hast Ja Sieht man ja Such mich einfach Wieso macht man nicht ein Knife-Battle? Nein Würde aber bestimmt Luftfaust Jack Das war nicht schlecht, das Nein Nein Hol mich doch jetzt endlich mal, holst der Teufel Soll ich, soll ich nicht Keine Sniper, ich schwör's dir, deswegen Scheiße, ich bewege mich trotzdem, obwohl ich keine Ich bin nicht immer auf dem gleichen Platz Ja, jetzt zu Snipern Fahr zu hell, ey Komm, Alter, jetzt ist aber auch Dann soll ich immer auf dem gleichen Platz sein Ich bin nicht immer auf dem gleichen Platz Sag mal es mal so, ich bin meist auf dem Platz, aber nicht immer auf dem... So So Tja Was ich aber nicht verstehe in Pixel Warfare ist, was doch, äh, diese, ähm, Raketenwerfer, der Zielvisier ja immer dieser Kreis mit dem Punkt drin, ne Florian? Ja Jetzt ist es so ein Snipervisier Wow, Alter Scheiße Wow, Alter, scheiße Ah, okay Okay, dann geht's auch nicht Hehehe Alter Ja 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 Und die Autos vielleicht noch Zwei Möglichkeiten, nur die Taxi Hahahaha Warum war das du nicht immer schlecht? Du schlittst doch mal Tja, mein Lieber Tja, mein Lieber Komm, versuch mal zu schneifern Ja, du schlittst mich dann weg Ich bleibst du gleich mit nem Messer dazu Ja klar, kann ich auch sagen Und dann mich mit das... Ja, mit nem Messer, ne, Alter? Mit nem Messer, ne? Nichts, Alter Wow, Alter Ja Wir sollen hier jetzt bitte schon joinen, da hier ist ein Passwortschutz Ja, gut, wenn wir hier Aha Ah, jetzt Fuck Wo bist du denn? Ich bin aus der Welt gefallen Mann, oh Mann, oh Mann Aber ich weiß, was bei dir die Lieblingswaffe ist Ich weiß die Waffe Oh, ne Naja Ja Waffe, der wark is der Drupke gesprong Mann! So, meine lieben Leute. Tja, ich würde mal ja gerne ein Dive-Battle, nur ein Knife-Battle machen an sich. Aber Vlog will nicht. Wo bist du? Ja, bin ich wohl. Ja, du mit deiner dämlichen Sniper. Aber keine Sniper. Ja, aber trotzdem. Es macht immer Spaß, ich sterbe und dich nehme ich mit. Ja Florian, ich bin ein Anfänger. Also ich bin jetzt kein Anfänger. Ja, ich kann nicht, aber immer mit so einem kleinen Mini-Touchpad. Ich werde nicht zu mir kommen. Alter, du sollst nicht snipern. Deswegen verbanne ich dich gleich. Kannst du nicht. Okay, machen wir jetzt mal ein Nife-Battle. Aber ich mache die Regeln. Ich mache jetzt ein Nife-Battle, die führt dir nicht rum. Du bist so. Da wo du nicht bist. Chuck Norris sagt. Schau mal hierher. Oh, Alter, wir haben gesagt nein. Tut mir leid. Ich hatte aus Versehen die Szene gewählt. Nee, wirklich. Das war aus Versehen. Okay. Ich auch. Such mich einfach, okay? Such mich. Wo ist er da? Wo denn? Ich sehe dich nicht. Mach mir wirklich n... Was hast du gesagt? Warum macht man wirklich... Okay, Adrian. Ich habe es gerne noch gewollt. Doch. Doch, Florian. Nee. Doch. Doch, Flo. Alter, du hättest die Fast-Shot gar nicht rausnehmen sollen. Dann mach mir mal noch meine Welt auf und dann lass mal alles drin, okay? Ich mach die Welt auf. Weil du nimmst nicht alles drin, ne? Sie hat die Sniper zum Beispiel. Okay, ich verspreche dir. Das ist nicht mal für Sniper. Du willst die Sniper und die Fast-Sniper rausnehmen. Haben doch noch. Nein, du hast die FS, die FS... Ja, FS... Jobgun? Okay, 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 okay. Warte, ich mach die Leute neu, okay? Warte, ich bam mich grad selber. Äh, create room. Und diesmal machen eine andere, ne? Okay, meine lieben Leute. Ich wollte es euch nur sagen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Das war's für heute.